einen wunderschönen guten abend aus der jedi bibliothek und willkommen auf youtube ich bin florian und bei mir ist heute der tobias hallo hallo und ihr könnt ja auch gerne hallo in chat schreiben wenn ihr da seid wir hören gerne von euch ich sehe auch gerade schon ein general kenobi wäre jetzt glaube ich die angemessene reaktion auf den ersten chat beitrag da könnt ihr auch gerne auch den ganzen abend über mit uns also solange wir live sind mit uns kommunizieren in dem chat und ja wir werden loslegen matthias und zwar dachte ich drehe heute mal ein bisschen den spieß um da ich moderiere und nicht tobi ja er ist das ja sonst immer beim jedi cast und sag mal tobias ja wollen noch ein bisschen anfangen mit uns warm zu schreden so mit den aktuellen news und ich habe so das gefühl dass es in den letzten tagen was gab was dich ganz glücklich gemacht hat magst du uns ein bisschen was davon erzählen meinst du die comic-reihe dark droids der dsquad ja klar also wenn du wagst wenn die hörer wenn die hörer bock haben macht da könnte ich viel zu wenig dazu sagen nein ich glaube du meinst natürlich star wars outlaws von ubisoft ja was ist denn das ist ein open world spiel im star wars universum wie ubisoft gerne behauptet das erste open world spiel da gibt es ein bisschen diskussion ob das stimmen weil es ja star wars republic auch gab wobei das ja nicht so wirklich ein open world spiel ist aber ja hat mich nicht überrascht weil es wurde ja schon 2021 im januar schon angekündigt dass ubisoft oder massive entertainment ein open world spiel machen wird aber jetzt wissen wir endlich was es ist und das hatte bestimmt auch nicht jeder jetzt noch auf dem schirm nach so viel zeit die vergangen ist ja überrascht hat mich dass es am sonntag schon gezeigt wurde denn dann habe ich meinen abend schon anders geplant gehabt als den trailer zu posten aber weil ich eher gesagt am montag dann beim ubisoft showcase damit gewollt habe oder darauf gewollt habe ja aber sah bis jetzt ganz spannend aus die kampfanimation war noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber ansonsten glaube ich dass das was werden kann ist ja auch noch ein bisschen hin kommt ja bis jetzt erst mal nur 24 angekündigt also genau wir sind ja heute eigentlich sagen wir für star wars literatur hier und ja wir kommen auch noch zum blau weil ihr programm 2024 das wird unser großes topic heute aber unser blick auf die spiele ist ja dann auch oft von so der story perspektive aus wo wo holt man uns leser vielleicht auch ab oder was kannst du dazu bisher sagen ja spielt zwischen episode 5 und 6 und die ist aktuell schon ziemlich voll gestopft also wenn ich mal gespannt wenn ich da an die ganzen events denke wie auch das erwähnt dark droids dark droids also war of the bounty und das ging es ja los dann jetzt das crimson dawn crimson rain crimson rain genau aber quasi die ganze also mal schauen was dann davon thematisiert wird es geht ja auch um den syndikatskampf man spielt ja auch so eine schmugglerin gesetzlose gay west ja genau im autorim das heißt da kann man schon vielleicht ein bisschen überschneidung mit den comics haben mal schauen wie da das ja respektieren der das kanon stattfindet bis jetzt war das in den in den videospielen aber immer relativ gut nicht so wie bei manchen serien ja also als literatur fan ich spiele ja gerade noch jedi survivor ich habe es noch lange nicht durch zum zweiten mal auf jedi oder so ein bisschen was kommt da noch keine spoiler keine sorge aber da ist ja auch viel zur hohen republik und so mit dabei in dem spiel und das hat mich da auch ganz glücklich gemacht also hoffe ich dass das bei den spielen jetzt künftig einfach gang und gäbe ist dass man die bücher auch wieder respektiert das haben spiele in der vergangenheit auch schon gut gemacht bei star wars ja gut wollen wir zum nächsten ja ich denke aber wenn ihr zu dem spiel eine meinung habt oder so könnt ihr auch gerne hoffe eure hoffnungen in chat schreiben wenn ihr fragen habt stellt sie auch ja wir können aber auch zum nächsten wird unser adavan tobias ist sehr ungeduldig ja aber das nächste was wir glaube ich auch hier auf der liste haben ist auch ein echtes highlight also das film ist auch für mich nämlich der comic shadows of starlight der angekündigt wurde wir tasten uns heute so langsam an die hohe republik ran und später kommt da auch noch ein bisschen mehr zu genau damit ich nicht so viel reden magst du es einfach auch kurz zusammenfassen jetzt wie ich das verstanden habe es ist eine comic miniserie vier ausgaben glaube ich von charles so richtig die das jahr abdeckt nach dem fall von starlight bis hin zum start von phase 3 also wir wissen ja dass es ein jahr vergangen ist bis eye of the darkness also bis der erste erwachsenenroman startet und das soll so ein bisschen die lücke schließen zusätzlich zu den ganzen oder zu den einigen kurzgeschichten die ja dann in dem in der anthologie auch zu finden sein werden da spielen ja auch manche dazwischen und dann halt noch die genau zusätzlich also die anthologie from sorry tales of light and life na die zum sommer noch kommt genau auch bald auf deutsch glaube ich kommen wird ja genau das und hauptfiguren mäßig also man sieht es jetzt auf dem gezeigten cover hier von phil noto glaube ich war das der erst den jedi rat zeigt wir wollen jetzt nicht zu genau darüber reden wer da vielleicht fehlt das wäre glaube ich ein spoiler aber ja und wird uns auch glaube ich was wurde gesagt ever elsa mark in roe und ein paar figuren und bell die rede ja so auf wen freust du dich so am meisten jetzt generell von auf welches wiedersehen in phase 3 freust du dich ja weißt generell ja also mal gerne auch auf den comic bezogen aber comic bezogen wahrscheinlich bell und ember und ansonsten im riech wahrscheinlich im riech und wir werden dann wahrscheinlich im doppelpack ja ja für mich ganz klar auch verne und keith trannis das sind so die top tier und ich glaube auch die da ist die hauptfiguren der high republic adventures die auch sehr lieb gewonnen freue ich mich auch schon die wieder zu sehen wieder zu lesen wie es wie geht es den high republic lesern hier im chat also was wir euch übrigens hier auch immer wieder auf dem bildschirm zeigen das ist unsere website die kennt die meisten von euch auch hier die bibliothek.de sie ist sehr gut wir werden euch im laufe des streams einfach mal so ein bisschen ab und zu auch glaube ich einfach so ein bisschen schleichwerbung machen dafür das war jetzt explizite werbung aber einfach so ein bisschen was die alles kann denn da ist auch viel arbeit investiert worden die website ist sehr gut und wir sind nicht voreingenommen also ja it's fully armed and operational also wir haben ja eine website gebaut die wir auch selber benutzen wollen das haben wir schon häufiger gesagt und letzten endes ist das was herausgekommen ist ja und weil wir bei der jedi bibliothek am puls der zeit sind haben wir jetzt gerade in den 15 minuten vor dem launch dieses live streams noch was auf twitter gesehen ähm tobias ja dein einsatz äh star wars inquisitor rise of the red blade kriegt eine comics con sonder edition bei der san diego comic con 2023 also das was die ist Ende juli genau äh 19. bis 23. Juli gibt's die und ja die sieht schon cool aus also wir sehen da können wir die auch sehen ja die kann man jetzt sehen im stream keine angst ah ok äh ich hab's glaube ich bei mir noch nicht ja leider jetzt ok ich hab's ein bisschen geleckt alles gut ähm wunderbar ich muss sagen ähm ohne jetzt irgendwie über die handlung des romans äh groß zu reden also es geht äh laut inhaltsangabe ja um die beiden inquisitoren aus äh was war das Darth Vader 14 von charles soul damals äh dieses inquisitoren pärchen das so ein bisschen dann auch vaders zorn auf sich gezogen hat mhm ähm und ja wie man auch schön an dem cover sieht so ähm beginnen die wohl als jedi und enden dann äh bei den inquisitoren und ich finde diesen dualismus auf dem cover sehr schön also weiß nicht wie es dir da geht aber ich hab das starke bedürfnis das zu kaufen auch wenn's und 50 dollar dort kostet und wahrscheinlich ein Albtraum wird hierher zu bekommen ja ich wollte gerade sagen nochmal wesentlich umfangreicher wird das hierher zu bekommen ja ähm ja also mir hat ja das ursprüngliche oder mir gefällt das ursprüngliche cover ja schon also aber das hat nochmal ein bisschen mehr flair wenn man so will ja generell frage ich mich manchmal warum machen die das nicht einfach zum hauptcovers ja ja manchmal fragt man sich das hm mag magst du vielleicht auch kurz das andere cover zeigen oder das hauptcover beziehungsweise wir sehen es später ohnehin noch im stream falls Tobi das jetzt nicht spontan hinbekommt aber ihr könnt ja dann mal auch so in die Kommentare unter dem Video also nicht hier im Chat sondern wirklich in die äh ja sei's drum ähm also nicht hier im Chat sondern in den Kommentaren unter dem Video dann äh vielleicht können wir Blanc Vallée ja beeinflussen weil das äh cool an diesen exklusiven Covern ist dass es scheinbar auch erlaubt ist also in manchen Fällen scheinbar nicht in allen dass ich blick's da selber nicht durch das Lizenzgeschäft ist schräg ähm dass die Übersetzer Verlage die auch nehmen können also die Fraun der Aufstieg zum Beispiel hat ja diese tollen Cover von Magalie Villeneuve glaube ich äh hieß sie ähm die Fraun so als imperialen Offizier äh ich sage ich als Schiss-Offizier Entschuldigung äh zeigen und dadurch diesen berühmten Emothraun hervorgebracht haben und die französischen Ausgaben haben tatsächlich äh diese Cover auch genutzt weil äh die Zeichnerin äh ja auch Französin ist äh hat sich das glaube ich ganz gut angeboten sieht auch toll aus und wäre irgendwie schön wenn wenn diese finde ich objektiv cooleren Artworks äh auch hier Herr Kerma ich weiß nicht wie ihr das seht deswegen ja also wenn das möglich wäre würde ich wahrscheinlich das auch bevorzugen gegenüber dem anderen vor allem wenn man an andere ja notfalls rankäme leichter dann ne kann man ja auch in Deutschland dann kaufen das englische Buch wenn man das andere Cover auch ja wer wer dieses Hardcover jetzt hier von der San Diego Comic Con will muss wie ich gerade gesagt habe erst mal 50 Dollar vor Ort blechen ja äh also es wird auch nur vor Ort verkauft heißt man muss erst entweder dort sein was schon ein eigener Kostenpunkt ist oder äh jemanden kennen der dort ist und das für einen mitnimmt und da wahrscheinlich noch in der Schlange steht für einen ähm und dann äh den Versand nach Deutschland da zahlt man ich denke 80, 90 Euro insgesamt kommt man schon äh drauf jetzt mal größer geschätzt vor allem wenn man es von Ebay kauft wenn man es privat kauft vielleicht kommt man ein bisschen günstiger weg und noch Zoll ja genau ja Rotti hat es ja gerade auch im Chat geschrieben äh will dir mal gucken wie teuer das wird da bin ich auch sehr gespannt ähm wir können ja mal schauen vielleicht können wir in der Jede Bibliothek machen bei sowas manchmal Sammelbestellungen ähm wir bilden uns ein dass es das günstiger macht ob es das wirklich so ist gucken wir mal ja äh jetzt hat Matzli auch schon geschrieben er freut sich total auf dieses Buch ähm ich weiß nicht ob du auf Englisch liest aber da haben wir gerade schon so ein bisschen gesagt das Buch müsste ja äh also könnte mit dem Cover ja auch gut und gerne nach Deutschland kommen da hätten wir kein Problem mit ja ich glaube das äh gehört uns zu unserem Titelthema so ein bisschen ja nämlich dass wir heute äh euch einen vorläufigen und das muss ich äh auf Wunsch des Verlags Blau Vallee auch wirklich betonen einen vorläufigen Blick auf das noch vorläufige Programm für das noch in ferner Zukunft liegende Jahr 2024 äh gewähren dürfen also es ist vorläufig falls ihr das nicht gehört habt äh wir sind natürlich äh überhaupt nicht vorläufig ist es eigentlich vorläufig echt? meinst du? ich weiß nicht hast du das erwähnt? also ich glaube es ist vorläufig okay also wir wollen mal betonen es ist vorläufig ja auf jeden Fall ähm ja aber ähm damit wir da alle mal so auf einem Stand sind denke ich ähm der Tobias hier ist mir ja schon wieder voraus äh gehen wir mal kurz in den Erscheinungskalender ja und gucken erst mal was dieses Jahr noch so von Blau Vallee kommt das sind nämlich eine ganze Menge die haben ja in den letzten Jahren ein bisschen ähm ja ja Unmut bei den Fans immer bekommen was eigentlich schade war ähm aber ich kann es verstehen weil die ähm sehr hinterherhingen mit den Übersetzungen dieses Jahr erscheint quasi jeden Monat ein neues Buch seit März und das wird auch so weitergehen bis Ende des Jahres ähm ihr seht jetzt gerade schon nächste Woche Bruderschaft äh von äh Mike Chen über Obi-Wan und Anakin's frühe Klonkriegsabenteuer sozusagen ähm ich rede so viel Tobi was kommt denn da noch so es kommt noch Thrawn der Aufstieg verborgener Feind das müsste der zweite sein ne der zweite also der erste der Thrawn-Aufstiegstrilogie kam ja schon letzten Monat das ist dann der zweite dieser Trilogie dann kommt genau richtig ja dann kommt der Abschluss der Alphabet Geschwader Trilogie mit der Preis des Siegers ja genau da gibt es jetzt auch noch gerade eine lustige Entwicklung äh wir haben ja aktuell im Blog das Cover das ihr das vielleicht auch im Stream gerade seht ähm da steht noch der Preis des Sieges drauf äh in der Leseprobe stand im Impressum dann allerdings der Preis des Siegers und so steht es auch in sämtlichen Katalogen ähm wir haben dann Blanc-Valet mal gefragt so ähm ist das eigentlich Absicht ähm und nein äh tatsächlich ist das Cover ein Irrtum äh das wird noch rechtzeitig zum äh zur Veröffentlichung im August äh ausgetauscht also zumindest ist die Redaktion zuversichtlich dass sie das ausgetauscht bekommen und sobald wir das finale Cover dann noch haben zeigen wir es euch auch äh im Blog logischerweise also ja weiß ich wie du zu dem Titel stehst Tobi da ich den Inhalt noch nicht kenne weil ich tatsächlich Alphabet 1 der wenigen ist die ich nicht auf Englisch gelesen habe äh kann ich nicht einschätzen was besser passt aber ja ich finde ich finde der Preis des Siegers klingt so ein bisschen für mich das ist ärgerlich tatsächlich ein bisschen so ein bisschen nach einer Trophäe oder so die man in einem Gewinnspiel bekommt ähm der englische Titel ist ja Victory's Price also da war Preis des Sieges eigentlich die oder die Kosten des Sieges quasi dann so die die wortwörtliche Übersetzung aber gut ähm denkt man kann mit beidem leben und ich als jemand der die Bücher gelesen hat kann ich auch nur wärmstens empfehlen Buch 1 ist noch so ein bisschen holprig fand ich aber spätestens ab Buch 2 war ich Feuer und Flamme dafür ja im September geht's dann weiter mit Thrawn der Aufstieg teurer Sieg da ist es quasi schon vorbei also die Trilogie es ging recht schnell dann Trilogie in 6 Monaten oder so was oder 5 Monate also von daher da kann man sehr gut aufholen bei der Ascendancy beziehungsweise Aufstiegs-Rilogie im Deutschen und im Oktober dann noch die Prinzessin und der Schurke lustigerweise ich glaube kurz nachdem Galax äh wie heißt es Galactic Starcruiser also für Kontext dieses Buch wurde so ein bisschen als Teilen zum Galactic Starcruiser veröffentlicht es ist mehr als das das kann man schon sagen der spielt zwar eine wichtige Rolle da drin aber es ist jetzt nicht so wie bei den Galaxies Edge Romanen eine reine Sightseeing Tour ähm deswegen ja aber es ist jetzt ironisch dieses Hotel dieses überteuerte äh diese überteuerte Schnapsidee von Disney muss man echt sagen schließt er jetzt im September und die Übersetzung kommt quasi ein paar Wochen danach dann ähm alles gut ich glaube Romanleser tut es keinen Abbruch und das ist ja nicht so als hätte irgendjemand von uns äh Storse gehabt da irgendwie mal hinzugehen auch in Zukunft ne und wir haben ja im Podcast auch besprochen und in Ines Rezension kam ja auch raus dass es jetzt wie du schon gesagt hast kein reines Marketing Ding ist sondern dass es da auch sehr um die beiden Figuren geht und auch sehr sehr guter Charakter Roman ist für Lea und Hahn von daher kann man das auch noch lesen ohne in Aussicht gestellt zu bekommen irgendwann mal da hinzugehen genau im November haben wir dann die Film Romane im neuen Gewand glaube ich ja genau da gab es ja schon mal so diese Chromoptik Ausgaben für Episode 1 bis 6 und Blau Vallée denkt sich ja Leute haben ja gerne komplette Reihen im Regal stehen also gibt es jetzt auch im selben Format also das kleine Taschenbuchformat selbe Covergestaltung für die Sequel Trilogie ähm im Übrigen äh ein bisschen Input bei der Motivwahl hatte ich also bin ich auch mal gespannt die dann in Hand zu halten wie die dann aussehen im Endeffekt ähm ja und dann wieder eine Art Experiment ne ja die Blau Vallée macht dieses Jahr gefühlt äh mehr Experimente als in den letzten 20 Jahren ich finde das großartig ehrlich gesagt ja was kommt da ja die hohe Republik Orkanläuferin als Skript also nicht wie bei Duku noch äh mit der Roman wie nennt man das Romanfassung mit der Romanfassung ja kann man so sagen also der umgeschriebenen dem ausgeschriebenen Skriptbuch sozusagen sondern diesmal direkt als Skriptbuch eins zu eins übersetzt das im Englischen ja dieses Duku der verlorene Jedi ähm war ja im Englischen auch eigentlich im ersten Hörspiel und dann später kam das Skriptbuch dazu raus und Blau Vallée hat den Übersetzer glaube ich ähm dieses Skriptbuch umschreiben lassen äh in Prosa-Roman und da haben sich dann manchmal auch so Anachronismen in den Erzähltext geschlichen wie Thai-Jäger ähm in den Klo und Sternzerstörer waren es glaube ich irgendwie ja weißt du noch genau was es war egal auf jeden Fall irgendwelche Dinge die so nicht ganz äh ja wie würde man sagen sie waren out of time and out of place ähm ähm und sagen wir mal so aktuell gibt es ja keine Hörspiele ähm auf Deutsch leider die werden hier nicht produziert aus ja wahrscheinlich Kostengründen oder wie auch immer ähm stecke ich nicht ganz drin aber es da das jetzt als Roman adaptiert wurde das Doku-Buch wird es wahrscheinlich auch nie zu einem Hörspiel werden auf Deutsch wenn man jetzt hier bei Orkanläuferinnen ein Skript rumliegen hat ähm hindert sag ich mal auch in zehn Jahren niemanden daran ähm sich die Lizenz für ein Hörspiel da zu äh kaufen und das zu äh zu adaptieren entsprechend ja da ist finde ich die ja sowohl die Intention des Autors ist gewahrt als auch so die mediale Möglichkeit der Umsetzung noch deswegen bin ich eigentlich auch ein großer Fan davon diese Skriptfassung als Skripte zu bringen und nicht irgendwie ja umzuschreiben weiß nicht wie es dir da geht Tobi ja ich ich habe immer gesagt dass ich bei dem Doku-Buch jetzt nicht so negativ war fand jetzt gar nicht so schlecht gemacht aber wenn es näher am Original ist dann würde ich das auch bevorzugen also es passt dann schon ich sag mal wenn wir nur wenn wir halt leider nur die leider in Anführungsstrichen nur die Remanfassung kriegen dann nehme ich die auch weil Doku halt eine coole Figur ist und eine deutsche Version ist halt schön dass es überhaupt übersetzt wird aber wenn es halt als Skriptbuch bleibt dann stört mich das auch nicht also dann passt das auch dann ist es wie gesagt eher an dem was der Originalautor auch intendiert hat richtig und wir kommen wie Roddy gerade gesagt hat genau Sternzerstörer und T-Jäger wurden halt bei Doku beide genannt weil er das in der Vision gesehen hat von der Zukunft und hat gesagt das hört sich an wie T-Jäger aber er konnte ja die T-Jäger gar nicht kennen das ist halt das klang halt dann im Hörspiel klang es halt wie T-Jäger deswegen stand es so im Skript aber das kann man natürlich dann nicht sagen dass es sich für ihn so angehört hat wenn er das gar nicht kennt ja genau eben also da da passt das Medium halt nicht so ganz zu dem wie es geschrieben wurde weil diese diese Skripte also das weiß nicht wer jetzt noch nie ein Skript gelesen hat aber vielleicht mal in der Schule ein Drama oder sowas gelesen in so ein da sind ja Regieanweisungen auch drin ja also Dinge die außerhalb der Erzählung stehen und für den für die Schauspieler oder die Voice Actor die sind Grundsprecher die das einsprechen für die Leute beim Schnitt und generell in der Hörspielproduktion halt wichtige Hinweise liefen welche Soundeffekte da kommen sollen und so und das sind einfach Dinge die kann man nicht dann diegetisch also innerhalb der Erzählung so umformulieren in Prosa dass die für den Leser und in Universe Sinn ergeben das war so ein bisschen die Krux bei manchen Stellen in Dooku denke ich dass es insgesamt natürlich möglich ist die Handlung als Roman zu verfassen ist denke ich kein Thema natürlich geht das ja ja und genau jetzt Tempest Runner ist quasi also Orkanläuferin das ist noch ein Nachtrag zur ersten Phase es spielt zwischen der so The Rising Storm was war das im Deutschen ein Sturm nee wie heißt es Ein Zeichen des Sturms Ein Zeichen des Sturms genau sorry ich hab die deutschen Titel aber eigentlich nach Aus den Schatten also genau ja nach dem Young Adult Roman Aus den Schatten aber wenn wir bei Blanc Vallee bleiben zwischen Ein Zeichen des Sturms und Der gefallene Stern quasi aber es würde sich anbieten noch den Young Adult Roman von Justina Ireland Aus den Schatten vorher zu lesen wir haben ja auch ein Guide auf unserer Seite weiß nicht ich kann es mal vielleicht gerade oben in der Ecke so highlighten wo bei uns die Guides sind auf der Seite ja und da gibt es dann so die hohe Republik und dann gibt es hier hohe Blick Phase 1 und 2 genau wenn wir bei Phase 1 reingehen dann sieht man das auch wo Orkanläufer hier spielen genau wenn ich es finde wir haben sogar schon einen Entwurf für Phase 3 für den Guide aber noch hat es ja keinen Sinn den zu veröffentlichen da steht bisher nur die Titel drin quasi wir haben ja noch nichts davon gelesen aber der wird kommen das war auch eine Frage glaube ich die ihr uns gestellt habt vor diesem Stream und der kommt auf jeden Fall da könnt ihr euch drauf verlassen aber ja jetzt sind wir am Ende des Jahres angekommen so ein bisschen wird es Zeit glaube ich nach mit freundlicher Genehmigung der Redaktion von Blancvalet in die Veröffentlichung des vorläufigen vorläufigen Planung die höchsten ja genau also ich sage immer was daran alles vorläufig ist was ihr jetzt gleich seht die Übersetzungstitel die sind noch vorläufig die Termine sind vorläufig die Reihenfolge der Veröffentlichung ist in Teilen noch vorläufig das kann sein dass die am Ende genauso bleibt das kann auch sein dass noch ein paar Dinge switchen aber die Bücher werden denke ich schon in irgendeiner Form kommen ja ist keine Garantie aber sie sind sicher immerhin sage ich mal sicher genug uns das jetzt heute so zu geben und das würden sie nicht tun wenn das jetzt komplett aus der Luft gegriffen wäre ja legen wir mal los würde ich sagen oder bereit gut dann jo ich habe jetzt halt eine kleine Verzögerung immer zu dem Stream den ich auf YouTube sag einfach was du sagen willst ich scroll das passt schon alles klar dann würde ich sagen schauen wir doch mal den ersten Titel an den wir hier auf der Planung haben von Blanc Vallée der kommt im April 2024 und es handelt sich um die Übersetzung von Convergence von Sarada Cordova daher wird er auf Deutsch die Verschwörung heißen nein nicht Konvergenz oder sowas da haben sie was anderes gesucht aber ich finde das ist ein passender Titel warum der passend ist wäre ein Spoiler schätze ich aber ja das ist dann der erste Roman der zweiten Phase von High Republic der erste Erwachsenen-Roman ihr kennt ja jetzt gerade schon die Titel wahrscheinlich die bei Panini erschienen sind Pfad der Täuschung Pfad der Rache was was Suche Verborgenen Stadt und Suche nach Planet X genau Suche nach Planet X kommt auch erst nächste Woche aber genau die sind ja schon verfügbar ihr könnt auch in unserem Guide sehen und lesen dass man die auch ganz gut ohne diese beiden Erwachsenen-Romane hier lesen könnt ihr jetzt gleich ja noch da kommt noch mehr ja das ist nicht alles aus der Hohen Republik also könnt ihr ganz gut auch ohne die Bücher jetzt schon lesen weil das in Phase 2 alles ein bisschen so sein einerseits ein eigenes Hüppchen kocht sich dann an anderen Stellen ein bisschen überschneidet aber die Überschneidungen sind nicht von der Art dass man sagt du musst jetzt unbedingt diese feste Reihenfolge lesen oder erzähl ich da Quatsch Tobias ne es passt schon also die ich sag mal die Young Adult Romane sind so die Hauptstory wenn man so will also Pfad der Täuschung und Pfad der Rache genau und bei den Erwachsenen-Romanen gibt es eine eigene Story die die auch sehr stark bei ihrem Medium bleibt sag ich mal so ja genau und ja Schosch alles ist vorläufig das stimmt und ich würde sagen Tobias sag du uns doch nochmal was vorläufiges zu dem was auf der nächsten Folie ist ja vorläufig ist weiterhin dass es im Mai 2024 vorläufig Star Wars die Inquisitorin erscheinen wird also die Übersetzung von Rise of the Red Blade wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben die ja jetzt im Juli erscheinen wird im Original im englischen Original wo wir es ja gerade von dem alternativen Cover hatten das soll dann wie gesagt hier ist das Original Cover dann genau hier seht ihr dann auch das Original Cover und genau das soll im Mai 2024 dann erscheinen unter dem Titel die Inquisitorin ja und ihr seht auch schon das ist also bei die Verschwörung gerade eben da ist jetzt noch quasi anderthalb Jahre zwischen US-Ausgabe und Deutsch-Ausgabe hier ist es jetzt schon weniger als einiger ja die Abstände werden kleiner und ich denke ihr werdet jetzt auch gleich sehen die Abstände werden stellen also vielleicht nicht noch kleiner als das aber die werden jetzt langsam in einem vertretbaren Rahmen denke ich für eine Übersetzung sagst du also vertretbar aus Fansicht ja bitte zu dem Titel ich hätte mir schon noch was also ich muss sagen ich finde im Englischen ein bisschen störend dass es so eine Art Reihentitel hat sofern es also bisher gibt es keine Indizien dass es eine Reihe sein soll ja also Inquisitor Rise of the Red Blade klingt ja so als gäbe es auch andere Inquisitor Bücher vielleicht überraschen die uns in ein paar Wochen auf der San Diego Comic Con mit einer Ankündigung von einem Sequel Prequel oder einem anderen Inquisitor den sie da in Fokus rücken ich finde eigentlich Rise of the Red Blade ist ein wunderbar Star Wars Titel ja warum man da noch dieses Inquisitor im Englischen dazu packt verstehe ich nicht ich finde es ein bisschen ja arg reduziert im Deutschen aber wie gesagt der Titel ist ja noch vorläufig vielleicht ja genau und ansonsten kann ich aber auch damit leben ja die Inquisitorin ist da auf jeden Fall eigentlich ein griffiger Titel ich verstehe schon warum die den gewählt haben auch so für den deutschen Buchmarkt ja generell so Bücher wenn die kurze griffige Titel haben passt auch gut auf den Cover bietet sich eigentlich an aber weiß nicht was der Aufstieg der Roten Klinge wäre jetzt wieder schon ein bisschen ein bisschen sperriger ich weiß nicht ob das so ja da müssen wir wahrscheinlich einen freieren Titel wählen ich weiß nicht was wie ihr das seht liebe Leser liebe Zuschauer aber ja ich denke man kann damit leben wir haben auch im Chat eine Frage nochmal zur High Republic in Hinblick auf die dritte Welle sollte man die Erwachsenenromane schon vorher gelesen haben werden da Themen vorbereitet also ich denke mal die beiden Erwachsenenromane aus Welle 2 sind da jetzt gemeint ja jetzt machen wir erst mal hier Erbsenzählerei mit Welle und Phase also das Projekt High Republic hat drei Phasen und die Phasen sind unterteilt in jeweils zwei bis drei Wellen Phase 2 zum Beispiel hat zwei Wellen die anderen beiden glaube ich jeweils drei ich denke du meintest Phase Phase 3 diese Owen Selavatt oder wie auch Entschuldigung ich werde die Nicknames jetzt nicht aussprechen Nein also ich glaube die haben auf der Celebration oder generell schon mal gesagt dass diese Phasen alle ihre eigenen Einstiegspunkte auch sein können also theoretisch kannst du die Phase 3 lesen ohne Phase 1 gelesen zu haben nur warum würdest du das tun ich denke schon dass man durch Phase 2 eine gewisse Bereicherung auch erfahren wird würde mich überraschen wenn nicht aber wenn du wenn das dich nicht interessiert oder so was da gemacht wird dann gibt die beiden halt ich glaube nicht dass das IQ tun wird das ist ja generell bei der Hohen Republik so man kann immer noch tiefer eintauchen aber man kann auch Sachen weglassen also ich wenn ich jetzt jemand Minimalismus Programm fahren würde würde ich sagen lest Zeichen lest Pfad der Täuschung Pfad der Rache und lasst den Rest aus Phase 2 weg dann habt ihr das Wichtigste da habt ihr nicht alles es gibt immer noch schöne gute Geschichten aber ihr habt so die Kernstory glaube ich ja genau also das würde ich auch sagen die Erwachsenen Romane glaube ich muss man stand jetzt nicht unbedingt gelesen haben gibt es schon ein paar nette Anspielungen aber wichtig sind einfach die beiden Young Adult Romane also Pfad der Täuschung und Rache heißt nicht dass die Erwachsenen Romane schlecht sind heißt nicht dass die nicht vielleicht in sich auch eine schöne Story erzählen einfach nur so wäre jetzt diese Metastory sag ich mal von der Hohen Republik was ist mit den Nameless mit diesen namenlosen mit diesen Kreaturen was ist der Leveler und so also woher kommt die Nihil wenn solche Fragen euch umtreiben dann sind eher die Young Adult Romane das Ziel diesmal ich glaube das kann man schon so festhalten okay dann zurück zur Planung genau ein Satz noch ich meine die meisten von unseren Lesern sind ja wie wir eher die Komplettisten also ich glaube da sag ich gerade nichts woran sich irgendjemand halten wird mit dem Skippen naja zur vorläufigen Planung kommen wir zu einem weiteren Experiment so wie wir gesagt haben dass die Orkanläuferin ein Experiment ist weil es ein Skriptbuch bleibt ähnlich passiert ist mit die Schlacht von Jeddah von George Mann George Mann hat das Buch geschrieben genau also dieses Hörspielskript und das ist im Januar 2023 also diesen Januar erschienen in den USA in Deutschland würden wir es im Juni 2024 bekommen das ist auch eine ganz gute Platzierung auf der Planung glaube ich weil es ja auch zwischen die Vernichtung und dann dem Nachfolgerroman Cataclysm spielt die Verschwörung meinst du bitte die Verschwörung meinst du also Verschwörung ja vorläufiger Titel die Verschwörung vorläufiger Titel Verschwörung genau Convergence und Cataclysm ja Entschuldigung für den Verhastler ja also ich finde es auch wie gesagt gut dass sie nach wie vor beim Skriptformat bleiben dann fehlt nur noch ein Hörspielskript auf Deutsch und das ist das zu Dr. Aphra aktuell noch nicht auf der Planung also es wird jetzt auch nicht kommen bei dem was wir euch zeigen aber ansonsten ist jetzt diese doch eher experimentelle Kategorie schon von Blanvalet aufgearbeitet ja ja dann gebe ich zu dir zurück okay im Juli das gibt es noch vorläufiges geht es weiter mit von Adam Christopher im Schatten der Sith das ist jetzt wieder ein Roman der schon ein bisschen länger auf der Halde liegt also ja der liegt schon seit letztem Jahr genau seit Juni letzten Jahres da dann also knapp zwei Jahre Zeit gab es im Deutschen zu erscheinen aber ist auch nicht so schlimm weil der steht ja recht losgelöst von allem das heißt es ist jetzt nicht so wie bei High Republic dass das da drängt ja es ist wie made.com völlig losgelöst ja gut ich habe bis 10 gezählt ja jetzt mache ich weiter von Adam Christopher das ist quasi so eine Vorgeschichte zu den Sequels wenn man so will also ich glaube spielt 17 Jahre nach Endor und damit ein paar Jahre vor vor oder 17 Jahre vor den vor Episode 7 also quasi so mitten in dieser Timeline-Nücke zwischen der Original-Trilogie und der Sequel-Trilogie und da geht es halt so ein bisschen um Ochi Reys Eltern Luke genau also Reys Eltern sind tatsächlich Hauptfiguren in diesem Roman nicht nur irgendwie so Cameo-Figuren wie in den Sequels sondern wirklich Charaktere mit ihrer eigenen Backstory Namen was so dazu gehört ja und auch Baby Ray ist natürlich mit dabei ja und da der Titel im Schatten der Sith relativ leicht zu übersetzen ja ich finde auch diese Präposition dieses Im finde ich im Deutschen sehr schön weil das lässt sich ich meine der Shadow of the Sith der Titel lässt sich auch auf einige Figuren anwenden aber finde ich dieses Im-Schatten der Sith kriegt ja nochmal so im Deutschen so eine schöne Inflection Beugung irgendwie so ein Touch der ihn einfach noch passender macht auf einige Figuren passt die da in dem Buch auftauchen logischerweise aber hat ja auch schon bei Im Zeichen des Sturms funktioniert war ja auch ein sehr schöner deutscher Titel für Rising Storm genau also diese kleinen Präpositionen im Deutschen die machen da manchmal doch schon was aus bin auch gespannt an den auch wie der dann sich da auf dem Cover macht ja Adam Christopher hatte auch also den habe ich ja auf der Celebration für ein Panel sogar interviewen dürfen ein sympathischer Mann der hatte auch viel Freiheit beim Schreiben von dem Buch er hat einerseits eine undankbare Aufgabe gehabt das waren nämlich manche sag ich mal eher divergenten Lore-Details aus den Sequels miteinander zu vereinen aber im Endeffekt fand ich das war ein schön zu lesendes Buch also sicher könnt ihr euch da schon auf was freuen auch wenn man die Sequels kritisch sieht glaube ich kann man damit Spaß haben ja so meine Behauptung könnt ihr ja im Chat sagen ob ich mich irre ob ihr anderer Meinung seid wenn ihr das Buch schon gelesen habt aber bitte vielleicht generell so ein bisschen als Chat Etikette bisher sieht es ja auch ganz gut aus ja ja das passt keine Spoiler für die Leute aber es steht auch der Titel gefällt also der Titel gefällt auf jeden Fall wie du schon gesagt hast im Schatten das Siv und es wird sich auch auf den Roman gefreut ja Griffige ja gut jetzt habe ich schon wieder so viel gesagt ich würde sagen mach du doch nochmal was jetzt kommen wir zur Vernichtung jetzt kommt nämlich Star Wars Die Hohe Republik Die Vernichtung von Dr. Lydia Kang dem zweiten Erwachsenen Roman und damit finalen Erwachsenen Roman der zweiten Phase ja mit Bad Boy Axel Greylock auf dem Cover ja genau und ja die Planung passt ja auch nach dem Hörspielskript logischerweise nach dem ersten Roman also die Reihenfolge ist gut gewählt auch nicht allzu spät auch knapp nur über ein Jahr später dann im Deutschen ja ein Jahr und vier Monate oder sowas glaube ich das kommt hin ja also das ist wirklich eine Latenz die vertretbar ist und wie gesagt die kann man auch recht losgelöst lesen von dem was Panini dieses Jahr rausbringt lest das Zeug das Panini veröffentlicht trotzdem auch jetzt schon das sind Storys wie gesagt die die laufen ein bisschen parallel zueinander und weniger überschneidend so wie es in Phase 1 teilweise noch der Fall war ja vor allem merkt man das im Hinblick auf die Figuren also während in der ersten Phase teilweise Figuren vom Jugendroman den YA-Roman gewechselt sind das ist hier nicht mehr so sehr der Fall ja oder Eva Christie in Light of the Jedi als Hauptfigur dabei war und dann in den anderen beiden Erwachsenen Romanen nur noch eine Randnotiz war ja die dann in die Comics gewechselt ist zum Beispiel sowas gibt es in Phase 2 nicht die sind die also es gibt Figuren die in mehreren Medien auftauchen aber es gibt niemand der so wirklich wechselt und dem man dann weiter folgen möchte durch eine andere Story ja stimmt wird ja auch gerade von Linus hier beobachtet ich finde gut dass beide Titel mit einem V beginnen im Englischen haben beide mit einem C begonnen ich finde auch das passt ich bin mir nicht ganz sicher ob die Vernichtung der beste Titel ist für das Buch ich denke man kann ihn schon argumentieren aber ist auf jeden Fall schön dass da dieses ja diese ähnlichen Titelschemata die in Phase 2 ja so groß war ja Pfad der Rache Pfad der Täuschung die beiden Romane mit C oder dann so Sachen wie Quest for Planet X Quest for the Hidden City ja dass diese diese Schemata im Deutschen auch so halbwegs Bestand haben ich glaube tatsächlich ist Panini der einzige Kombi-Breaker die aus Quest for the Hidden City die Suche nach der verlorenen Stadt gemacht haben und aus Quest for Planet X jetzt auf der Suche nach Planet X ja also oder umgekehrt ich weiß es nicht einmal haben sie es mit ja doch auf der Suche nach Planet X das ist es ja ja ansonsten haben die die Schemata echt gut auch mitgebracht auch das Ziel dass es mit V anfängt finde ich auch schönes Detail von L'Envalet in dem Fall ja und Lydia Kang auch jeden Fall eine Autorin von Davia in der dritten Phase dann noch mehr sehen werden im Kurzgeschichtenbereich dann soweit ich weiß geben die beiden Bilder kein Gesamtbild oder nee aber sie haben ähnlich also kannst du auch gerne nochmal zurückgehen kurz auf Convergence genau Gellar Natal und Axel Greylark das sind Figuren die auch so ein bisschen ja so eine Dualismus-Dynamik miteinander halt auch haben ja also das ist das Hauptduo quasi von diesen beiden Büchern und die sind ähnliche Motive aber wenn du die aneinander legst hast du die zwar Rücken an Rücken so ein bisschen schätze ich das passt auch ganz gut aber es ist nicht so dass es ein ineinander übergeht das sieht man glaube ich recht deutlich wenn man die Grafik noch anschaut das nicht aber was Farbschemata angeht ja andere Farben aber trotzdem halbwegs ja ähnlicher Stil und diese beiden Lichtstrahlen im Hintergrund sind auf dem anderen Cover auch genau ja von daher richtig ja das ist vielleicht auch ganz passend dass die beiden Figuren sag ich mal einerseits so stilistisch passen aber dann nicht ganz passend zueinander ja da kann man glaube ich ein bisschen was reinlesen ja ja genau ja Mats hast recht Übersetzungen dauern halt immer eine gewisse Zeit das ist klar Panini plant sag ich mal ein bisschen flexibler dafür gibt es dann bei denen viel mehr Verschiebungen ein Blois Valley einem Datum nennt es das eigentlich ziemlich fix dafür planen die ein bisschen langfristiger deswegen reden wir jetzt schon über 2024 ähm ja bei Panini werden wir wahrscheinlich erst äh im Oktober oder so über 2024 sprechen ja oder vielleicht sogar erst November ähm so ist es halt ja aber jetzt habe ich noch eine äh Sache für euch auf der Planung die werde ich euch vorstellen eine vorläufige Sache die ist noch ein bisschen vorläufiger als die anderen tatsächlich Entschuldigung es betrifft den September 2024 und da haben wir dann äh surprise surprise schon den Anfang von Phase 3 der Hohen Republik auf Deutsch äh auf Englisch ist es The Eye of Darkness von George Mann auf Deutsch wird es analog das Auge der Finsternis ähm natürlich so kann man vermuten eine Anspielung auf Markian Row heißt der kommt im November in den USA und dann schon im September ja drauf auf Deutsch äh wie gesagt zehn Monate oder so äh in etwa finde ich das ist eine vertretbare Latenz ähm vor allem wenn man bedenkt dass bis zu dem Zeitpunkt ähm zwar schon der zweite Roman äh wahrscheinlich erschienen sein wird von der dritten Phase aber eben halt auch nur der und auch noch nicht lang also Temptation of the Force von ähm äh von Tessa Gratton war das glaube ich der war für irgendwie Sommer 2004 oder Spring Sommer Sommer irgendwie so 2004 Frühjahr Sommer 2024 auf dieser vorläufigen Planung die in zweiter Celebration gezeigt wurde also auch die Amerikaner plant vorläufig ja genau ja raus aus Phase 2 das ist jetzt auch das letzte äh Buch das wir euch von Blancvalet vorzustellen haben ähm für das nächste Jahr aber ich finde also wenn man das jetzt so sieht ist alles was bis Ende 2023 auf Englisch erscheint mit der Ausnahme von diesem Dr. Afra Script das wir schon erwähnt hatten und den beiden oder den drei From a Certain Point of View wenden alles was bei Del Rey slash Random House Worlds bis Ende diesen Jahres in den USA erschienen sein wird jetzt schon mit einer deutschen Ausgabe angekündigt das hat es in der Form glaube ich schon lange nicht mehr gegeben ich denke auch dass es ein bisschen zugutekommt dass wir ja was du jetzt gerade schon so erwähnt hast dass wir ja auch erst im Spring 24 dann der zweite erwachsen Roman dass ja die dritte Phase auch ein bisschen entschlackt werden soll im amerikanischen also dass sie nicht mehr so schnell hintereinander erscheinen das heißt es kommt vielleicht sogar ein bisschen auch der noch der näheren veröffentlichung im deutschen dann auch noch zugute genau und das heißt wenn die jetzt diese Lücke jetzt so halbwegs geschlossen haben so das A bei Blau Vallee habe ich schon Hoffnung dass diese zehn Monate oder was auch immer dazwischen liegt dass das so plus minus jetzt auch die ja die Norm sein wird ja also irgendwann haben sie sie halt ganz eingeholt da muss man vielleicht auch mal vielleicht auch noch mal so ein Experiment wie From a Certain Point of View dazwischen schienen fände ich ganz cool wenn es klappt das sind tolle Bücher aber wenn nicht dann zumindest die Romane zeitnah dann liefern also wie wir sagen wenn im Frühjahr dann Temptation of the Force kommt in den USA hindert Blau Vallee ja eigentlich wenig daran den auch im Herbst zu bringen noch 2024 es sei denn sie denken sich ja jetzt vielleicht genug von dieser Marke hoher Republik man will den Markt ja auch nicht übersetting vielleicht bringen sie dann noch irgendein anderes Buch das 2024 bis dahin erschienen sein wird aber da müssen wir mal abwarten was die Amerikaner dann auch auf der San Diego Comic Con die wir vorhin schon erwähnt haben da wird vielleicht dann auch schon was angekündigt werden denke ich zumindest wenn die so ihrem jährlichen Rhythmus treu bleiben ja wenn wir vielleicht nochmal alles schauen jetzt als Übersicht was wir gerade besprochen haben also das Programm für das nächste Jahr ich habe das nochmal als Liste kann ich nochmal einen Überblick verschaffen kann ich auch gerne sagen worauf ihr euch freut also ich sehe es gerade schon mal im Chat ziemlich viel Freude Madsen ob Blau Vallee den Buchrücken auch im Royal Blue bringt das weiß ich nicht tatsächlich das sehen wir dann wenn die gedruckten Exemplare vorliegen also mal gucken was für eine Rückenfarbe hat Light of the Jedi dann auf Deutsch also Gold auch oder im Deutschen sind die Rückenfarben die gleichen wie die Cover Farben das heißt immer ein bisschen anders also bei Light of the Cheddar ist es dieses Beige halt und eben dann bei Zeichen des Sturms und Gefallener Stern ist es schwarz aber gut das war auch im Englischen bei den Hardcovern so das ist ja jetzt nur bei Phase zwei dass die Young Adult und Jugendromane blau waren aber die Erwachsenenromane tatsächlich und Battle of Jeddah haben einen weißen Rücken im Englischen nicht den blauen also aber wenn Blau Wallet sich bisher bei der Hohen Republik an die Originalfarben von den Rücken gehalten hat wahrscheinlich machen sie das dann auch weiterhin also müsste ich jetzt nur raten aber davon wäre jetzt erstmal auszugehen Januar Februar März das ist nichts geplant von Blau da könnt ihr dann den ganzen Kram lesen den ihr dieses Jahr im Akkord kauft da ist jetzt von Blau Wallet tatsächlich nichts geplant aber das war tatsächlich uns auch schon klar euch vielleicht nicht aber Blau Wallet kündigt die Romane immer in so einem sechs Monatsrhythmus aber wir haben jetzt quasi ihr seht hier so April bis September quasi wenn man die Monate zählt April, Mai, Juni, Juli, August, September kommen auf sechs Stück heißt die nächste Ankündigung die kommen die werden dann von Oktober bis März laufen quasi und da wir die für Oktober 2023 bis ja dann eben März 2024 schon hatten und da ist halt nun mal nichts in den drei Monaten nach also am Anfang des Jahres war uns schon recht klar dass da nicht noch was reinrutscht aber wie gesagt ich denke das kann man verkraften und in dem Rhythmus wie das jetzt kommt ja wir haben ja euch ja auch gesagt ihr dürft uns Fragen stellen und ich würde vielleicht eine Frage gerade aus dem Blog auch aufgreifen also ihr hattet ja schon die Gelegenheit vorab im Blog zu fragen ich glaube es war auch Matzel der hier gefragt hatte was da ausschlaggebend ist für das Publikationsverfahren worauf die warten und so also das ist komplex also alle die Dinge die du erwähnt hast es geht um Verkaufszahlen es geht um das was gehypt wird ja wenn jetzt ein Filmroman soll immer nah genug am Film kommen und so ihr seht auch dann das was sie zuerst veröffentlichen ist dann meistens das wo sie denken dass es die meisten Abnehmer dann auch findet bei Reihen wie der Hohe Republik muss halt eine gewisse Reihenfolge gewahrt werden aber es ist halt auch so wenn man zu vieles zum Beispiel jetzt keine Ahnung fünf Star Wars Romane in einem Monat stelle ich mal das vor auf Deutsch raushauen würde dann wären die Buchhändler irgendwann auch auf der Treppe oder auf der Türschwelle bei Blau Verlieren wir denken ja habt ihr einen Knall oder was soll das Ganze so viel auf einmal können wir doch gar nicht verkaufen denk doch mal dass wir das auch in die Regale bringen müssen wie sollen wir das machen deswegen so eine erhöhte Schlagzahl auch da schon und ja die Leser wer liest fünf Romane fünf Star Wars Romane in einem Monat also habe ich auch schon gemacht als ich noch keinen Job hatte und studiert habe oder doch Schüler war oder wie auch immer damals aber ich weiß nicht wie es dir geht Tobias ich glaube so eins pro Monat reicht schon das ist schon ein ordentliches Tempo wenn man auch noch andere Sachen liest ja also ich glaube das ist ein guter Rhythmus wenn sie den beibehalten wie gesagt also so viel kommen ja im Englischen gar nicht raus teilweise also wenn sie da mal aufgeholt haben dann wird es wieder weniger aber einfach weil nichts mehr da ist zum Übersetzen ja genau also wie gesagt die haben noch vier Experimente die vorläufiger Planung nächstes Jahr noch nicht übersetzt werden aber davon abgesehen müssten die jetzt dann sag ich mal so im Gleichschritt mit den amerikanischen Veröffentlichungen dann laufen mehr oder weniger ja Padawan freut sich am meisten auf die Inquisitorin ja das ist denke ich auch eins worauf ich mich sehr drauf freue wir werden dann denke ich nächsten Monat sehen was wir in unserer Rezension sagen haben wir sonst gerade noch irgendwelche Fragen im Chat die ich übersehen habe ne also ja die Frage nach den from a certain point of view sollte sich erledigt haben aktuell nicht Panini auch nicht das ist mit Kurzgeschichten immer schwierig da gibt es ja auch einige die ja bisher auf der Strecke geblieben sind so Kurzgeschichten Bücher auch diese also Dark Legends gab es ja auf Deutsch die dunklen Legenden aber Myths and Fables und die Life Day Treasury zum Beispiel sind ausgeblieben immerhin kriegen wir diesen Hoher Republik Anthologie Band von Panini im Herbst glaube ich dann auch das ist ja schon mal was da ist der Vorteil halt dass es Teil einer Reihe ist High Republic also das hilft ja glaube ich bei der Motivation das zu übersetzen auf jeden Fall 100% ja sehe ich auch so ja jetzt haben wir viel über Bücher geredet wenn ihr noch Fragen habt könnt ihr die gerne reinhauen ich würde sagen wir wenden noch vielleicht jetzt abschließend nochmal den Blick in den Erscheinungskalender warten und einen kleinen Moment Tobias bevor du das machst ich will noch hier einen kleinen Knalleffekt zünden wir werden auch alle eure Fragen aus dem Blog auf jeden Fall beantworten die ihr uns gestellt habt sofern ich sie nicht schon beantwortet habe auch in den Kommentaren ihr werdet auch hier die Möglichkeit haben natürlich im Chat noch Fragen zu stellen und dann greifen wir die Idee ist ja auch dass wir das so ein bisschen als Hangout machen nicht nur als Newsshow weil das einfach uns bei den Conventions so gut gefallen hat mit euch auch mal zu reden mal ein bisschen Instant Feedback zu bekommen das war auch bei dem Jedi Cast Spezial zur Star Wars Celebration ganz schön ja ich glaube jetzt kannst du nochmal in den Erscheinungskalender gehen und nochmal nach Blanc Vallée filtern ihr seht jetzt ich habe jetzt die Bücher fürs nächste Jahr jetzt auch schon rausgehauen als Datenbankeinträge da wirst du kannst ja mal schauen worauf du dich am meisten freust und vielleicht willst du das mal in deine Sammlung legen da muss ich nochmal unser schönes Sammlungsfeature zeigen also ich gebe zu sich die Inquisitorin also das will ich auf jeden Fall das ist schon mal markiert ja passt doch ja das Auge der Finsternis ist endlich wieder Phase 3 das brauche ich auch auf jeden Fall aber im Schatten der Civ hast du ja schon gelesen vielleicht kannst du noch da mal kurz einen Klick machen gelesen also ihr könnt uns auf der Seite auch immer aber ich habe es dann nicht auf Deutsch gelesen das stimmt ja aber kannst du ja kurz das Menü zeigen vielleicht ja also hier also ihr könnt bei uns wenn ihr einen Account habt auch unsere Seite nicht nur den Erscheinungskalender der euch die Zukunft zeigt sondern auch da oben im Reiter seht es Datenbank die euch alles zeigt was seit 1976 erschienen ist seit dem Filmroman zu Episode 4 im Dezember 76 könnt ihr alles markieren mit habe ich gelesen will ich noch bestellen oder wie auch immer ja habt ihr Möglichkeiten geht auch mit der Timeline ganz gut ja aber gut die Schleichwerbung die gar nicht mehr so geschlichen war gerade für unsere eigene Seite die wollen wir jetzt vielleicht mal kurz beiseite tun und ja wir machen mal so einen kleinen Ausblick auf so die nächsten zwei Wochen wir dachten so wenn wir das jetzt hier nochmal machen sollen und das müsst ihr uns sagen ob ihr nochmal Bock auf so ein Format habt ich sehe gerade schon Matzel freut sich schon ja gerne mal gucken was kommt denn so in den nächsten zwei Wochen wo du dich drauf freust Tobias ja also auf Bruderschaft also den habe ich auf Englisch schon gelesen haben wir auch im Podcast drüber gesprochen sehr cool einfach mal wieder ein High Republic ich sehe schon Clone Wars Roman zu haben es gibt auch Sachen die nicht hohe Republik sind gerade muss man sagen von daher das ist schon mal ganz cool also einfach mal wieder eine Ära die wir lange nicht in Romanform hatten und auch sehr schön geschrieben wir erfahren was die Sache auf Cardonaimodia war genau die in Episode 3 genau die Sache auf Cardonaimodia die nicht zählt laut Obi-Wan ja er mal gerettet wurde angeblich ja dann freue ich mich nicht auf den Summit von Dark Vader Volume 6 Return of the Handmaidens dann geht es warum war mir das klar dann geht es weiter mit auf der Suche nach Planet X da ist schon quasi die zweite Welle der zweiten Phase die Jugendromane sind dann durch von der zweiten Phase kann man so sagen und dann natürlich am Ende der High Republic Adventures Offensive am Ende des Dark Horse hatte in den USA ja so ein paar Verzögerungen kann man das so nicht mehr nennen das war schon eine epische Verzögerung wenn schon dieser High Republic Adventures 8 hätte glaube ich schon im Mai rauskommen sollen oder so wenn alles nach Plan gegangen wäre und 7 und 6 entsprechend früher aber jetzt haben sie wohl ihre ja ihre Auslieferungskette da auf die Reihe bekommen haben sie auf die Kette bekommen kann man vielleicht auch sagen und hauen am 28. alle drei raus ich freue mich auf jeden Fall drauf die Reihe war ein bisschen chaotisch also es ist hier so ein bisschen Daniel José Olders Markenzeichen dieses Chaos aber ich finde es ja trotzdem auch sehr viel herzen das ist auch so ein Markenzeichen von ihm selbst wenn ich jetzt mit einer Handlung oder so mal vielleicht weniger anfangen kann die Charaktere sind trotzdem immer witzig aber auch ihre sag ich mal tiefgehenden Momente also mir macht es eigentlich immer Spaß es zu lesen auf der einen oder anderen Ebene ja weiß nicht wie es dir da geht aber da freue ich mich echt aber auch drauf ich meine du hast gesagt dass du dich drauf freust insofern ja das ist primär dass es jetzt endlich mal vorangeht das ist jetzt ja Tatsache vorgestern kam helft 5 endlich bei mir an auch in print nicht nur digital vielleicht lese ich es mir auch nochmal durch ja was mich angeht ich freue mich jetzt tatsächlich primär das ist ja auch zwei deutsche Sachen obwohl ich Englisch lese was halt unter anderem daran liegt dass ich ein bisschen da auch mitgearbeitet habe dran also ich mache ja bei Panini diese Skytalker Leserbriefe immer in den Comic Heften also ich also machen heißt ich beantworte die schreibe die Einleitung dazu schreibe dieses hinter den Panels was da drin auch immer vorkommt da kommt jetzt am 20. Juni Heft 95 ich bin mir gerade nicht sicher ob 95 ich glaube 95 ist auch das letzte dass Leserbriefe drin haben wird leider da kamen nicht so viele deswegen wird diese Kolumne von Panini gestrichen was nach wie vor aber drin bleibt sind diese also ist dieser glaube ich dieser News Text den ich dann immer geschrieben habe die Einleitung die hinter den Panels da wo ich dann so ein bisschen die Kanon Verbindung von den enthaltenen Comics tatsächlich zu anderen Büchern Comics Filmen Kurzgeschichten und so weiter aufzeige auch von Kanon zu Legends und so die ist nach wie vor drin also ich weiß nicht wer die Reihe liest aber ja wäre ja was was ihr euch vielleicht mal anschauen möchtet über die Comics hinaus und natürlich dann mein Baby seit gut zwölf 13 ja zwölf Jahren glaube ich das Journal of the Will slash offizielle Star Wars Magazin wo ich in der Redaktion mit drin bin und in der Übersetzung da gibt es auch wieder eine Kurzgeschichte diesmal aus der Phase 2 der Hohen Republik am 21. Juni mit der mit den Geschichten aus dem Enlightenment ein anderer Blickwinkel von George Mann das sind Geschichten die so ein bisschen im Umfeld von dieser Schlacht von Jeddah spielen quasi ein bisschen davor dann kommt es später auch welche die dann ein bisschen danach spielen achtet dafür da wäre es tatsächlich gar nicht so schlecht wenn ihr im Guide von der Phase 2 schaut welche wir davor und welche danach eingeordnet haben weil sonst könnte es sein tatsächlich dass die sich spoilern weil die sind ja tatsächlich alle von George Mann und der hat da so einen Charakter der in beidem auftaucht und ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen den Plot mitnimmt aus dem Hörspiel in die Kurzgeschichten ja genau das ist so das worauf ich mich freue Dr. Aphra kommt auch noch eine Ausgabe diesen Monat ich lese die Reihe sehr gerne muss ich sagen der Sammelband von The Blade ist auch ein Highlight ich fand The Blade war also als Miniserie in Phase 2 erstmal wenig mit der Haupthandlung zu tun es geht ja um Porter Engel und seine ja Waffenschwester sozusagen Baraj Sylvain aber ist eine echt tolle in sich geschlossene Jedi Story von der Art wo ich denke für diese Art von Story wurde High Republic auch geschaffen als Ära sowas darf es gerne mehr geben und wird es ja auch in Phase 3 gibt ja eine Nachfolgerserie The Hidden Blade Broken Blade Broken Blade Entschuldigung da habe ich Dinge verwechselt gerade The Hidden Blade war ein Perch-Comic aus den Legends ja meine Güte von war das durcheinander ja weiß ich worauf ihr sich in den nächsten zwei Wochen freut aber das sind so die Dinge glaube ich Bruderschaft lag schon im Briefkasten lese ich hier auf jeden Fall ja das erinnere ich mich auch noch wenn man Blau Valley scheint seit jeher schon immer so Ende der Vorwoche verfügbar meistens da bin ich in meinen Buchladen gegangen als Schüler noch und habe mir die dann teilweise schon donnerstags vor Veröffentlichung abgegriffen oder so und bis sie dann tatsächlich offiziell rauskam hatte ich sie schon gelesen wie gesagt andere Zeiten noch damals naja jetzt glaube ich haben aber doch noch ein paar Fragen im Blog oder im Blog und ich sehe auch noch einen im Chat fangen wir mal im Chat an die Leute die live dabei sind werden bevorzugt behandelt lies mal vor erstmal Lob für Ines und ihre Sichtweisen zu Her Republic hat es auch schon darauf geantwortet Ines von daher ist angekommen das Lob und es sind ja nicht nur wir hier im Stream wir haben auch im Chat ein paar Jedi Bibliothekare die können ja mal kurz Hallo oder so schreiben die Jedi Bibliothekare ja und dann die Frage ob es ein openly gay Jedi gibt wahrscheinlich in der High Republic oder generell weiß ich nicht also openly gay also openly sexual Jedi ist ja schon ein Problem ja ob jetzt Heter, Homo oder wie auch immer es gibt Jedi bei denen in der Hohen Republik bei denen also male to male Attraction gezeigt wurde mir fällt jetzt Cormac Weiters Cormac Weiters gut Quantum Size non-binary aber geht glaube ich zumindest in diese AMAB Richtung ja fällt dir noch jemand ein Cormac wäre jetzt das erste gewesen ansonsten so richtig also Abspülung glaube ich nicht in der Hinsicht also generell bei den Jedi der Hohen Republik da haben wir schon drei Jedi Bibliothekare ich glaube deswegen war es sogar noch ein vierter bei den Jedi der Hohen Republik gibt es generell allerlei Orientierungen und Identitäten und das ist auch echt eine der Stärken des Projekts dass die ziemlich natürlich auch eingewoben wurden also auch zum Beispiel Vanestra als aromantic asexual glaube ich was haben wir noch 9-binary-Jedi wie Quantum Size ja ja genau gut ansonsten im Chat habe ich nichts weiter gesehen ja also ich denke mal vielleicht magst du mir was aus dem Blog vorlesen also Tobias ist dieses Mal tatsächlich als Gast mit dabei wir hatten auch vor das Format immer so ein bisschen durchzuwechseln dass auch andere Jedi Bibliothekare mal zu Wort kommen die vielleicht möchten vielleicht können die Anwesenden sich das ja auch überlegen und dann wäre er glaube ich manchmal vielleicht noch so passiv mit dabei in der Technik quasi und in der Kapazität nutze ich ihn jetzt mal um mir die Fragen so zu spielen also wir hatten einmal die Frage mit dem Fahrplan zu War of the Boundary und das sind Dark Troys das hast du ja quasi mit dem Guide schon beantwortet ich weiß nicht ob da noch was zu sagen ist also ja vielleicht ein, zwei Sachen würde ich schon noch zu sagen und zwar haben wir ja die Guides zu War of the Bounty Hunters und Crimson Rain und weiß nicht ob Hidden Empire glaube ich haben wir noch nicht auf der Seite bietet sich auch nicht wirklich an aber letzten Endes um diese aktuellen Events nach Episode 5 zu verstehen schätze ich du kannst schon einfach direkt mit den Events einsteigen wenn dir jetzt Dark Droids juckt fangen mit Dark Droids an wenn du wirklich den kompletten Kontext wie auch immer gearteter Form haben möchtest gab es 2020 ja so ein Marvel Reset da sind dann die Reihen Kopfgeldjäger slash Bounty Hunters Dr. Aphra Star Wars 2020 halt die Hauptreihe und Darth Vader 2020 gestartet wenn du die chronologisch durchliest nach Erscheinungsdatum und dann noch diese Mini Reihen von den Events also War of the Bounty Hunters das was halt im Guide da drin steht in der Crimson Rain Hidden Empire und Dark Droids wenn du die der Reihe nach durchliest hilft es du kannst tatsächlich in unsere Datenbank gehen auf die Startseite wenn du dann Medium Comic und dann die Sprache deiner Wahl und als Format vielleicht Heft einstellst oder wenn du zu den Werken gehst einfach Medium Comic und dann kannst du unten auch bei Erweitert glaube ich bei Allgemein sogar noch ein Startdatum einsetzen zum Beispiel jetzt 1.1.2020 und dann kriegst du nur Comics angezeigt die seit dem 1.1.2020 erschienen sind wenn du dann noch ein Ärafilter auf den Galaktischen Bürgerkrieg setzt dann bist du eigentlich in der richtigen Ära wenn du dann einfach nach Erscheinungsdatum liest solltest du da gut mitkommen also ich weiß nicht ob du den Filter einmal abschicken willst und zeigen aber so kann man ganz leicht sich so eine kleine Lesereihe Folge auch einbringen also ich bin generell was Lesereihenfolgen angeht ein großer Fan davon nach US-Erscheinungsdatum zu lesen weil das ja letzten Endes die Reihenfolge ist in der die Storys produziert wurden in der die gedacht wurden und in den meisten Fällen fährt man damit ganz gut ich bin auch tatsächlich inzwischen bei den Filmen ein Fan davon die Erscheinungsreihenfolge zu schauen vielleicht mit Ausnahme der beiden Anthologie Filme Rogue One und Solo da ist jetzt noch Sprache Deutsch gut kannst du auch Sprache auf Englisch machen und dann hast du die englischen also die US-Hälfte seit 2020 das ist das was dazu gehört genau Star Wars 1 geht's los genau genau wir haben hier einen Geode-Fan im Kanal nicht nur einen ganz viel ja dieser steinerne Charme der kommt scheint ganz gut anzukommen meinen Leuten mal gucken wann wir Geode wieder sehen werden genau ich habe jetzt übrigens auch das Blanc-Valet-Programm auf der Seite live geschaltet ich werde jetzt auch desnächstes auch noch in die Social Media hauen vielleicht fühlt sich ja irgendeiner der Anwesenden die Bibliothekare dazu bemüßigt das zu tun ansonsten mache ich es nach dem Stream wer noch mal da nachlesen will kann das auch tun ja genau ich denke das beantwortet die Frage oder was haben wir noch was ausschlaggebend ist das hatten wir ja wie viel Zeit wir in das Schreiben von Artikeln also das reine Lesen von Star Wars Büchern stecken seid ihr schneller Leser wie viel lest ihr pro Woche also das ist vielleicht eine Frage die unsere Chat die die Bibliothekare auch ganz gut mal vielleicht so für sich beantworten können entweder hier im Chat oder auch im Blog ja wie geht es dir damit also schneller Leser bin ich das einzige Problem ist dass es ein bisschen stockt weil ich immer Notizen mache beim Lesen für den Jedi Cast also ich lese schon den Hinblick auf ich muss das noch mal wissen noch mal genauer wissen wenn wir dann drüber sprechen vielleicht mal einen kurzen Daumen hoch im Chat wenn ihr auch den Jedi Cast regelmäßig hört also das ist sehr wichtig sehr wichtig den zu hören fließt sehr viel Arbeit rein ja das ist Tobias Hauptaufgabe bei uns also ich glaube Artikel schreiben ist weniger seine Aufgabe passiert auch manchmal aber der Jedi Cast da ist er mit Leib und Seele dabei ja und Schreiben von Artikeln ja wie gesagt das hat der Florian gerade schon gesagt das bin ich jetzt nicht so im Fokus aber wenn kommt auf den Artikel an also ich meine so ein Newsartikel geht so eine Rezension dauert halt ein bisschen dauert auch nicht viel länger wenn man das wenn man sein Zeug vorher zurechtgelegt hat also ja aber die Vorbereitung ist halt eine andere ja genau also ich schreibe jetzt nicht mehr so viele News wie früher das machen inzwischen andere aber jetzt diese Blonvalet-Meldungen die ich jetzt gerade rausgehauen habe denke da war ich schon so eine halbe Stunde dran bis alles gepasst hat ja formatiert war eingeplant war ja dass die E-Mails die ich mit Blonvalet gewechselt habe entsprechend ausgewertet waren ist ja auch dann quasi so die Live-Recherche Recherche quasi in dem Moment die muss ich schon gemacht werden es gibt aber halt auch Artikel wenn so eine High Republic Show kommt und eine massive Ladung an News auf einmal bringt eine zig Concept Arts und so bis das aufbereitet ist kann teilweise schon über eine Stunde ins Land gehen ja und das wenn man schnell arbeitet aber ja ja was Lesegeschwindigkeit angeht bei mir kommt es aufs Buch an also ich glaube Pfad der Rache habe ich in gut ein bis anderthalb Tagen gelesen das war ein fettes Buch mit irgendwie über 500 Seiten manche andere Bücher es muss nicht mal sagen dass es schlechte Bücher sind auch echt gute Bücher mit denen da habe ich sage ich mal weniger internen Druck da jetzt möglichst bald zu wissen wie es ausgeht oder so aber ich finde sie trotzdem gut die da nehme ich mir dann auch mal wochenlang teilweise Zeit oder wenn es Leben ein so ein bisschen dann auch dazwischen kommt dann dauert es auch länger das ist ganz individuell aber wenn ich so ein Buch wirklich verschlingen kann dann kann ich schockieren schnell lesen dann mache ich mir aber auch keine Notizen da geht es einfach nur durch ja also bei das stimmt das kann ich eigentlich am besten dann bei den deutschen Versionen sagen also gerade die Blanc-Valet-Übersetzung wenn ich die dann auf Deutsch nochmal rezensiere lese ich sie ja meistens auch nochmal danke auch für die Daumen hoch hier für den Jedi-Cast ja auf jeden Fall das wird sogar gesagt dass das jemand mit mir einschläft das klingt klingt gewollt klingt gewollt wahrscheinlich doppeldeutig aber ich ja ja finde das sehr sehr freundlich das ist ein gutes Kompliment ich höre auch gerne ein Podcast zum Einschlafen ich habe es schon verstanden kannst du deine eigenen hören Tobias das mache ich ab und zu tatsächlich aber nur zum prüfen was ich da vor einem Jahr mal für einen Schwachsinn erzählt habe du hast einfach eine angenehme Stimme das muss man dann sagen Dankeschön gebe ich so weiter bei den genau bei den deutschen Versionen zum Beispiel ich der Jedi-Zeichen des Sturms wenn ich die für die Rezension nochmal lese dann brauche ich so zwei Tage oder so so 200-250 Seiten pro Tag geht dann schon im Deutschen wobei ich im Englischen mittlerweile schneller lese bloß da nicht so viel am Stück meistens das ist so das Ding wegen den Notizen machen und so halt also gibt es auch Autoren die sage ich mal unterschiedlich komplex schreiben für so eine E.K. Johnson brauche ich einen Tag und für so einen Alexander Fried wahrscheinlich eine Woche oder so bis ich den Roman gelesen habe einfach weil die Prosa eine andere Komplexität aufweist ja das kann man denke ich ganz klar sagen ja danke auch an Ines Karl-Georg Patricia die jetzt gerade hier im Blog äh im Chat so ein bisschen ihre Einschätzung dazu geben ja was haben wir noch so für Anfragen denke ich gut genau von Star Wars Unlimited noch die Frage mit den Absprachen zwischen den Verlagen wie zum Beispiel bei Projekten wie High Republic ich denke mal das liegt primär daran welcher Originalverlag ne das also da gibt es keine richtigen Absprachen würde ich jetzt einfach mal sagen ja also ich denke es geht um deutsche Verlage genau also ich meine ja welcher Originalverlag das das im Englischen macht dann der macht es auch im Deutschen ich glaube da gibt es jetzt nicht so Panini und Blanc Vallée teilen sich so meinst du na gut ich hätte es jetzt anders verstanden die Frage ach so wie hast du sie verstanden ich meine ich meine jetzt bleiben wir erstmal bei dem was du meintest wer jetzt welches Buch übersetzt da gibt es halt eine Lizenz für Erwachsenenromane die liegt bei Blanc Vallée es gibt im Deutschen so eine Ausnahme für Videospielromane deswegen ist jetzt Jedi Kampfnamen bei Panini ähm und halt wenn Blanc Vallée sagt nö das Buch machen wir nicht kann Panini gerne ran dann gibt es das auch das hat es bei Legends ein paar Mal gegeben Coruscant Nights war so ein Beispiel ähm ja sonst ich hätte jetzt eher verstanden ob die sich mit Übersetzung von Begriffen untereinander absprechen ach so hätte ich das jetzt ähm verstanden und da würde ich sagen ähm die meisten der Romane werden ja von Andreas Kapczak und äh seinen unmittelbaren Kollegen wie Tobias Toneguzo übersetzt und ähm ich denke da liegt es halt an Übersetzern und an Lektoren äh konsistent zu bleiben wenn sie für mehrere Verlage arbeiten ob das immer gelingt weiß ich nicht manchmal kann auch sein dass der Übersetzer konsequent bleibt und Lektor dazwischen grätscht manchmal hat vielleicht der Lektor auch die bessere Idee aber der Lektor vom anderen Verlag sieht das nicht so ja ähm das das kann schon äh sein dass da vielleicht manchmal ein paar Diskrepanzen entstehen manchmal ist es innerhalb eines Verlages nicht konsistent dass Ember plötzlich Funke heißt oder so also von daher da ist alles möglich sogar innerhalb des gleichen Verlags von Lichter Jedi zu im Zeichen des Sturms dass der muss man vielleicht mal schauen ob es da ein unterschiedliches Lektorat gegeben hat oder so dann ja genau und spannender finde ich aber eigentlich die Frage was äh welche Geschichten unserer Meinung nach bei Star Wars noch fehlen also sowohl Genre als auch Personen Gruppen oder Zeit ja schieß mal los jetzt weiß ich wie unangenehm es immer ist ich genieße das gerade richtig ja ist mir schon klar ich stelle die Frage und muss auch noch gleich drauf antworten das ist aber jetzt so ungerecht ähm ja Zeit Zeit also ich sage mal so nach den Sequels ist sowieso geblockt glaube ich da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viel das halten sie sich offen nicht bevor der Ray-Film da ist genau das halten sie sich offen wir gehen ja jetzt auch sehr sehr weit in die Vergangenheit zurück mit dem Ursprung der Jedi als Film ja das heißt alte Republik wäre mal ein toller Schauplatz genau das wollte ich gerade sagen also so richtig alte Republik nicht so Legends Old Republic wo quasi die Technik und so alles eins zu eins wie bei der jetzigen Zeit ist sondern wirklich nochmal High Republic trotzdem nochmal so tausend Jahre zurück und dann bemerkt man auch nochmal so einen richtigen technologischen Rückstand im Gegenzug zu dem MMO Star of the Republic wo halt wie gesagt die Technik eigentlich eins zu eins ist und eine andere politische Ordnung der Galaxis genau wäre schon spannend ansonsten Genre mäßig ich meine es hat es schon gegeben bei Star Wars aber mal wieder vielleicht so eine richtig gut geschriebene Romanze ist jetzt vielleicht nicht so mein Go-To-Genre aber bei Star Wars liest man ja also von Horror bis Romance eigentlich alles mal so durch und vielleicht nicht unbedingt im Young Adult-Bereich wo es sowas häufiger mal gibt ja Lost Stars oder sowas kommt da jetzt unmittelbar im Sinn sondern einfach was auch für Erwachsene quasi dann geschrieben ist ich schätze Prinzessin und der Schurke geht ein bisschen in die Richtung aber die waren ja schon zusammen bevor das Buch beginnt also ja so ein bisschen was in die Richtung wäre doch mal was auch spannend natürlich was ihr euch wünscht im Chat also genau die Frage kann man so weitergeben gerade auch so vielleicht irgendwelche besonderen Personen oder so Gruppen Zeit die reichen wir einfach durch die Frage wie Skywalker Lichtschwert von einem zum anderen genau dann werfen sie sie hinter uns was wollte ich sagen genau das machen wir jetzt zur nächsten Frage wie viele Mitglieder die Jedi Bibliothek hast du das beantwortet nee Kommentatoren und Nutzer wurde da gewünscht ich habe erst überlegt wie viele Teammitglieder das ist auch keine leicht zu beantwortende Frage wir haben glaube ich so 12 oder 13 Feste im Team und wir haben auch so Leute wie Janina oder Carola denen wir mal so Gastartikel schreiben quasi in den Marvel Mittwoch Rezensionen also da ja wir haben auch Leute die da freiwillig ab und zu mithelfen ich kann jetzt mal kurz gucken also die Statistik zählt quasi ab dem Mai 2013 als wir den Blog ins Leben gerufen haben das sind insgesamt gerade 1212 Benutzerkonten die bei uns existieren das sind jetzt natürlich nicht alle Aktive schätze ich also da sind bestimmt einige Karteileichen noch mit dabei aber prinzipiell das ist so der aktuelle Stand ich hoffe es bringt dir etwas diese Zahl zu wissen G-O in der Zwischenzeit haben wir auch schon ein paar Eindrücke aus dem Chat bekommen zu der Frage Dawn of the Jedi Into the Void ob wir das gelesen haben aus den Legends und ob wir glauben dass der Film in die Richtung geht der deutsche Titel ist übrigens richtig schön der kann sich wie ein Satz lesen das heißt erstmal der Aufstieg der Jedi Ritter und das Buch heißt ins Nichts der Aufstieg der Jedi Ritter ins Nichts das hat mich seit jeher belustigt das würde ich nochmal sagen also ich hoffe es tatsächlich vielleicht nicht in dieselbe Richtung aber genauso seltsam also weißt du die Galaxie spielt alles im selben Sonnensystem bei Tython es war halt einfach ein komplett anderes Setting für Star Wars als das was wir aktuell so kennen das war keine Republik kein Imperium oder so gut es gab das Rakata Imperium aber das ist nochmal eine andere Geschichte als jetzt so ein Sith Imperium also es gibt keine Jedi gibt keine Sith das war das war schon interessant also da bin ich mal gespannt also einfach mal so eine komplett wilde Galaxis einfach zu sehen die nichts nichts aber sehr wenig damit zu tun hat mit dem was wir jetzt dann aus den bisherigen Filmen kennen ja ähm dann der Todeskreuzer also Horror genau stimmt wäre auch mal was ja gut Darth Scabrous gab es ja also Red Harvest hieß er auf Englisch also Joe Schreiber hat ja noch mehr geschrieben ähm ja Horror von Joe Schreiber wäre auch mal wieder gut das stimmt ähm aktuell macht er ja nur diese Mando Adaption und ich möchte meine ja meinen linken meinen linken Arm darauf verwetten dass nächstes Jahr dann noch ein Staffel 3 Roman kommt das ist ja so der Rhythmus bisher ähm also wenn ihr mich dann nächstes Jahr bei Cons einarmig seht wisst ihr was passiert ist aber oder nicht passiert ist je nachdem und äh etwas wie die Kundschaft da hätte ich mir für Phase 2 der Hohen Republik gewünscht ja das stimmt also das war auch meine große Hoffnung mir dass ein bisschen mehr diese dieses Pathfinder Ding dieses ja Erkunden mehr im Fokus ist was ja dann gar nicht so der Fall war ich fand das hat gegen diese Suche nach der verborgenen Stadt noch ein bisschen tatsächlich in die Richtung weil da so eine Alienkultur erkundet wurde aber stimmt so richtig so dieses ja Wild West Frontier mäßige wo wirklich noch gar nichts erkundet wurde das wäre tatsächlich eine nette Idee ein Gerichtsdrama ja Charles Soul findet deine Idee gut Ines ja gut dann wie sieht es mit den Halloween Geschichten im Deutschen aus Tales from the Punkt 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 ja also es ist auch was wenn ihr uns fragen also am besten im Blog zur Not noch hier unter dem Video stellt dann können wir die bis zum nächsten Mal mit den Verlagen abklären die Frage hier von Darth Ödel glaube ich war das habe ich Panini gestellt und ja ich habe gefragt ob sie da eine Antwort haben und der zuständige Redakteur meinte habe ich aber leider keine gute aktuell ist nicht geplant dass wir die Reihe fortsetzen ich habe dann antizipiert dass die nächste Frage lauten wird und was ist mit den Star Wars Abenteuer Bänden generell das ist ganz einfach auch zu sagen die Star Wars Adventures von IDW werden weiterhin im Universum Magazin erscheinen weitere Sammelbände sind aktuell allerdings nicht mehr geplant man kann vielleicht hoffen schätze ich dass die Leute von Dark Horse in den USA mal Sammelbände nochmal neu auflegen oder so davon aber aktuell ist da nichts geplant von Panini auf Deutsch an Sammelbänden also heißt es Kindermagazine kaufen oder auf eine US-Gesamtausgabe hoffen noch nichts der Art angekündigt aber wer weiß ja gut und dann die nochmal die Frage nach dem Guide zu Welle 2 oder Phase 2 der High Republic haben wir ja schon erwähnt ist da ist da gibt es schon seit Dezember ja da filmen man immer oben bei Guides wenn ihr mobil seid einfach den Reiter also wie heißt das die Sidebar quasi aufmachen und da ist dann auch Guides aufgelistet so ein Menü das ihr oben einfach anklicken könnt genau diese drei drei Striche übereinander und dann findet ihr hier auch schön den Guide wieder mit den Farben hinterlegt auch schon genau auch schon die Tales of Light and Life eingebunden weil wir ja da grob wissen wann was spielt wurde ja gesagt ja auf der Celebration wurde da ein bisschen was zu gesagt und das habe ich teils als Gedächtnisprotokoll teils auch aus dem was so mitgetweetet wurde da eingetragen müssen wir vielleicht nochmal drüber gucken wenn es dann erschienen ist aber das sollte passen ja ja dann Chroniken der Jedi frage ich mich auch sag du mal was dazu genau was ist das Problem mit Chroniken der Jedi vielleicht kannst du es auch in der Datenbank öffnen dass die Leute das Buch sehen ja das Problem bei Chroniken der Jedi ist dass es angekündigt war für April die deutsche Übersetzung dann für Mai weil es im April offensichtlich also immer Anfang des Monats wurde es gelistet Anfang April Anfang Mai und jetzt wieder Anfang Juni aber es halt immer noch nirgendwo lieferbar das heißt wir wissen das tatsächlich einfach nicht ja Lieferschwierigkeiten hieß es mal ja alles weitere können wir leider dann auch nichts weiter dazu sagen aktuell ich frage mich das auch weil ich mich auf Deutsch auch lesen möchte ich habe mir den extra nicht auf Englisch geholt du rezensierst den auch ich rezensiere den auch auf Deutsch ja und wie gesagt da ist auch noch nichts da also von daher keine Ahnung woran das liegt und ja müssen wir abwarten ich hoffe natürlich dass es dann trotzdem bald mal so weit ist weil ich habe mich ja eigentlich gefreut jawohl kommt relativ nah zum Englischen weil das Englische war ja erst im März und dann hieß es der Deutsche kommt im April und dann dachte ich ja aber jetzt zieht es sich doch schon ein bisschen in die Länge mal schauen wann es dann wirklich so weit ist gut und ansonsten ich muss wieder in den Live-Beitrag haben wir noch offene Fragen ich glaube das kann es mehr oder weniger gewesen sein ja ja das noch ein Vorschlag mit der Diskussionsrunde und den Zuschauern zu dem Buch ja über den Chat könnte man das vielleicht mal machen das Jahr ja letzten Endes so wie wir hatten das jetzt als News-Show konzipiert und dachten eigentlich so naiv wir waren 30 bis 40 Minuten das war ja auch die Pilotfolge ist immer länger ja ja jetzt sind wir bei 78 Minuten also ich glaube generell auch so für Diskussionen über einzelne Bücher haben wir ja auch den Jedi-Cast an sich das wäre da sind dann auch also wenn ihr die Jedi-Cast-Folge zu eurem zuletzt gelesenen Buch hört geht es scheinbar wie wir jetzt neueren Kommentaren auch sehen auch gerne noch drei Jahre später oder so dann ja dann erfahrt ihr da halt alles auch mit Spoilern und das wäre nicht gerecht wenn wir jetzt hier in so einem Livestream plötzlich aus irgendwelchen Büchern spoilen die nicht alle gelesen haben aber ja sowas wie Lesetipps oder so haben wir heute auch gemacht kann man immer mal wieder auch einstreuen das geht vielleicht schon auch ihr auch ihr Zuhörer Zuschauer könnt das im Chat jederzeit tun genau so wenn ihr Vorschläge habt auf jeden Fall also auch Lesetipps wie Florian gesagt hat und ja und wie auch immer wie auch gesagt unter dem Jedi-Cast-Beitrag da kann man auch spoilern also ich schreibe es jetzt nicht immer dazu aber unter den Jedi-Casts zu einem Buch gehe ich immer davon aus dass die Leute die in die Kommentare gehen den Roman auch gelesen haben ist ja nicht der Rezensionsbeitrag das ist ja dann schon der wo auch mit Spoilern gesprochen wird das heißt da könnt ihr auch mit uns eure Meinung komplett spoilerig mitteilen also das das sind für uns also wir lassen die Kommentare auch immer offen unter alten Beiträgen gerade auch bei den Rezensionen weil wir halt auch denken dass das Content oder das Inhalte die man auch Jahre später noch lesen und kommentieren kann und vielleicht hat sich auch die Meinung des Rezensenten in der Zwischenzeit geändert also ihr dürft jederzeit herausfordern sage ich mal ja auch wenn ihr die Vader-Comics magt und euch da Tobias wie so ein Hater erscheint das wurde ja schon gemacht von einem gerne gerne ein bisschen Contra geben das braucht er manchmal auch ein bisschen was nicht teilt sondern die Einzelmeinung dann teile das ist nur eine Folge aber ihr habt insofern Redefreiheit solange ihr alle respektvoll bleibt aber bisher sind wir sehr zufrieden mit unseren Lesern eine Sache habe ich noch von dem Twitter-User Death Trooper Jan ein Bekanter von uns der meinte er kann erst später zuhören aber redet gerne mal ein bisschen über Moons dann freue ich mich bei späteren Ansehen vielleicht bringe ich einfach meinen Lieblings-Kalauer über Moons Darth Plagueis ist ja diese Spezies in Legends und ich sage immer Darth Plagueis ist basically the dark side of the moon ja das ist das Niveau das ihr jetzt erwarten habt das und nichts anderes Star Wars Unlimited fragt wird es weitere Livestreams geben ich würde sagen das machen wir in zwei Wochen nochmal und dann gucken wir mal ob es ankommt also wir haben ja auf YouTube nicht so eine große Follower schafft jetzt wie über Spotify und die anderen Podcasting-Plattformen wir werden tausende Zuhörer haben beim Jedi-Cast aber es wird euch ja ganz angenehm finde ich weiß nicht wie es dir geht Tobias ja hat auf jeden Fall Spaß gemacht wir werden wahrscheinlich jetzt nicht alle zwei Wochen ein neues Blanc-Valet-Programm haben das geht allein mathematisch nicht aber wir können mal gucken es wird auch nicht jede Woche hier irgendwelche News geben wir haben natürlich noch andere Verlage mit denen wir ab und zu mal vielleicht ein Cover oder eine Vorschau oder was zeigen können da gucken wir mal vielleicht dann auch nicht unbedingt exklusiv vielleicht habt ihr die auch schon auf anderen Websites wie Amazon oder sowas gesehen aber wir gucken dass wir jedes Mal ein bisschen was Aktuelles auf jeden Fall auch reinbringen das hat ja wir hatten das ursprünglich so also ich hatte es im ersten Konzept die Büchersprechstunde genannt so ein bisschen ja wo man so über das Aktuelle redet auch Fragen klärt das haben wir jetzt so gemacht quasi manche gehen zum Haushalt der geht zu mir die Bibliotheker um über eure Bibliotheken zu reden so ein bisschen der Gruppentherapie vielleicht in die Richtung ja aber wenn ihr sonst nichts hättet dann würde ich sagen mach mal noch ein bisschen Werbung Tobias du bist ja für diesen kleinen Nischenpodcast Chattercast zuständig ja bin ich was gibt es da Aktuelles was kommt so demnächst also aktuell ganz frisch erschienen ist verfehlte Vision wir können das auch mit den Alliterationen also das kann nicht nur RTL also das hat jetzt schon was wenn du noch ein paar Vs mehr machst so wie vor Vendetta mäßig ja genau also das über Vision Staffel 2 oder Volume 2 muss man ja erst sagen ist ja keine richtige Staffel haben wir da gesprochen mit Janina und Lukas und als nächstes kommt wahrscheinlich dann unsere Besprechung zu The Blade wurde ja vorhin auch erwähnt dass da jetzt der Sammelband kommt in den nächsten zwei Wochen im Englischen das heißt ihr findet den JediCast unter JediCast.de dann werdet ihr weitergeleitet auf das was ihr gerade im Stream seht oder einfach oben im Reiter zur Webseite oben in den Reiter oder ganz aktuell wenn ihr am Desktop seid in der Sidebar auch immer die aktuellste Folge die wird da automatisch reingepusht ja und natürlich überall bei Amazon Audible Apple Deezer Google Spotify als eigener Feed für Podcast Addict oder so was ihr auch benutzt und Spotify natürlich auch gibt es nicht irgendwie dann auch so bei uns auf der Seite ein Feed noch ich glaube oben genau unter dem Reiter JediCast den ISS-Feed den könnt ihr auch abonnieren dann mit also jedebibliothek ist de slash feed slash podcast ja da kommt er auch mit zurecht ja ansonsten ja wer sich immer so für das was demnächst erscheint interessiert könnt ihr unseren Erscheinungskalender nutzen oder morgen um 11.38 in Karl-Georgs Wochenvorschau schauen ja Linus ich komme damit klar dass nach meinem Joke Ruhe ist das habe ich mehr oder weniger rausgefordert weißt du für mich reicht es wenn ich lache über meine Witze der Rest darf gerne leiden ich bin sonst kein Egoist aber in dem Falle schon aber es ist auch so ein bisschen Egoismus aus Notwendigkeit vielleicht also es wird es wird in zwei Wochen wieder einen Stream geben ob Florian dann noch gestert ist eine andere Frage wie viele Leute hören eigentlich ich so den Jedi-Cast ist hier noch die Frage das ist schwierig zu sagen pro Tag so im Schnitt 1000 glaube ich haben wir ne mittlerweile oder so 800 800 glaube ich pro Tag über alle Folgen hinweg ja und in der Woche so 4, 5 bis wenn es richtig gut läuft mal 5, 5 also 5.500 und 4.500 also die Leute hören sich ja tatsächlich auch unsere älteren Folgen an und wenn man in unseren Statistiken so auf die ganz alten Folgen geht die haben inzwischen wirklich schon Abertausende also im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich dann auch sich angesammelt das ist ja das Schöne wir bringen ja die Podcasts meistens recht nah im US-Release weil wir wissen dass viele von unseren Lesern auch auf Englisch lesen aber wir wissen auch genauso die Bücher die wir euch jetzt heute vorgestellt haben im Übrigen Meldung ist jetzt auch auf der Seite da ja wissen wir dass auch die zum Beispiel der Podcast zu Shadow of the Sith oder zu Convergence oder sowas dass die dann auch nochmal angeklickt werden wenn das deutsche Buch raus ist ja gut dann ich möchte jetzt nicht die Moderationsrolle übernehmen mittendrin dann genau vielleicht wolltest du noch was sagen aber dann würde ich sagen an der Stelle vielen Dank dass wir mit eingeschaltet haben wir meinen noch acht Sekunden wir haben angefangen glaube ich jetzt zu 26 es war aber auch schon mehr als bei unserem letzten Livestream wir steigern uns langsam auf YouTube macht's gut und möge die Macht mit euch sein Tschüss Tschüss wir sehen uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal